Guten Morgen Leute Prozent hier bin ich immer wieder zu einer neuen Folge mein Kopf haben wir ja genau haben wir hier das erste Ding uns gefüllt das Prozent ein bisschen gefüllt und ich hätte mich jetzt dazu entschlossen mal weniger Videos zu machen Prozent nicht immer so an ein Stück so richtig viel aufzunehmen da sind sie mal so doof äh was jetzt machen werden ja ich hab mal die Kleinschlein gemacht und so sei ich nichts wirklich geplant ist so wird mir eben gesagt jetzt gehst du mal hin und gehst Bambus suchen dann haben wir hätten wir das auch mal und hier geht gerade die Schafe mal Prozent ihre Wolle in Trauben Armin Fußjub war warum warum tut der Fuß so was Böser Fuß und steht dieser Block hier so einsam das sieht scheiße aus es ist warum warum ist das das sieht auch scheiße aus hat die Natur wieder scheiße gebaut A ach ich krieg noch nicht richtig ich bin ich sicherlich bist du da wieder beruhigen so okay also ich bin wird jetzt gern nicht so weit weg laufen müssen Bambus zu finden all das ist ja der coole Wasserpack da gut Prozent eigentlich hat sich lustig ja das ist Bambus je cool und Kaktusse Kaktusse die nämlich schon auch Karten man mit Kaktusse Prozent und hier denn auf der Insel da war da so wird das Fadenkreuz ist da wenn ich hier das auch glaube ich er ist vermust aber den werde ich Agar in der Korkrat auch mit Prozent Prozent jetzt egal und ja dann nicht noch ein paar Kaktus und so war er auch scheiße Rutschpies-Volabschlag gemerkt Prozent sich neben dem Ecke regeneriert um ab Prozent der Alta was war bitte tun wir das nicht an okay wenn wir das wieder normal ganz schön 7 Prozent das war gerade auch kommen schon mit jetzt tun wir das nicht an ich war immer lieb zu dir für selbst was willst du eigentlich von mir da kommt normalisiert ich mal wieder was wird mal locker Hallo das ist mein Koffer mal locker aber ganz ruhig ganz ruhig jetzt hatte ich schon lange nicht mehr mein Computer seit neuestem Leben an Spindel unglaublich wenn so ein Baum ein Garten stehen würde das schon lustig da können wir sind das tolles draus basteln also Prozent also so Baumhaus draus machen drauf machen hier soll so aus dem Rieschen Baum ein Haus Baumhaus machen wäre ein bisschen unsinnig jetzt hab ich gedacht wenn man normal geworden aber ich will so coole Tunnel ich bin jetzt neugierig was ist in den Tunnel drin ich gehe einfach nur ein bisschen runter und dann ist Schluss Prozent bitte ich hasse das wenn oben noch so eine Abzweigung ist aber dank hier ist jetzt zum Glück nichts creeper böse lauf einfach lauf 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 einfach nur laufen 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 aber auch schock schock wohl oder da oder na 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 ich bin feige ich weiß ich bin das aber gerne warum wenn die jetzt den ganzen Weg zurück gelaufen hi creeper ich werde dich töten da kommt ein Zombie ein Heizern wie Tops sie bei geschossen könnte sein dass dann von die Spurnais man weiß es nicht Prozent warum bitte für mich nicht jetzt war noch ein Krieger hoch bisschen Abstand Prozent hier dann Ich habe das Gefühl, dass gleich was von hinten kommt. Aber irgendwie kann das ja nicht sein. Okay. Oh ne, komm schon. Ich hasse das. Lava. Hup. 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 Hui. Lava. Ich möchte, was das tolle ist. Ich würde mich jetzt nicht gerne so verbrennen an der. Und ich würde nicht gerne haben, dass jetzt irgendwie was kommt. Aber... Äh, ja, Holz jetzt vor die Lava zu setzen, damit man sich nicht erbrennt, wäre ja sehr schlau. Ich setze jetzt mal hier Erde hin. Um einmal wieder umdrehen kurz. Um sicherzustellen, dass da nichts ist. Creeper, hi. Hi, Creep. Ich wäre immer lieb zu dir. Sei du auch lieb zu mir. Braver, Creeper. Hast du was getroppt? Böser Creeper. Nichts getroppt dazu. So, jetzt nicht in die Lava fallen. Gut, und eigentlich hält mich hier gar nichts. Also... Hier werden wir aber wieder zurückkommen irgendwann. Äh... Und dann werden wir mal eine spannende Höhne-Erkundung-Tour machen. Und... Ja. Also... Ähm... Oder wir werden auch nicht zurückkommen. was mache ich hier okay wisst ihr was ich habe jetzt keinen Bock zu sterben oder so und deshalb mache ich jetzt ja so ja machen wir uns mal schön hier so ne und so mal ein schönes kleines Kämmerchen oh ähm so okay hier sind wir sicher hier und dann äh bastel ich mir mal ein Workbench dann platziere ich die Workbench also stellt euch das mal vor das ist das müssen wir erst mal schaffen das ist also ne und so und dann äh ich jetzt hier die Werbung sogar benutzen also jetzt geht's schon ziemlich weit hier das ist schon und dann merke ich dass wir die Werbung die Werkbench die Werkbench gleich benutzen hätten müssen da ich nämlich noch ein Bett dabei habe und muss das hier auch ein Dings von der Wand weg sein oder so ich glaube nicht äh ja ich kann irgendwie nicht pennen warum warum auch immer da jetzt geht's okay ich hoffe dass jetzt nichts kommt und schnell den Bogen ausgerüstet und schön gut dann haben wir hier auch so ne kleine Behausung äh und jetzt schön brav aufpassen dass kein Creeper oder so wie einen in die Luft sprengt und ja das könnte spannend werden jetzt schnell raus hier ja öh öh auf offenes Gelände damit ja im brennten Zombie damit sich erwischen kann so Apropos ja apropos erwischen das nicht äh noch was ich sagen wollte ähm mit dem Texteffekt wird in der hi ich bin ne in der nächsten Folge wird äh die wird mit neuen Texteffekt sein also dann endlich mal wirklich mit Texteffekt und das sieht doch eigentlich ganz akzeptabel aus das Ding ist doch gar nicht so schlecht es gibt Schlimmeres wie Creeper im Haus oder so aber hallo äh ich würde jetzt erzählen dass hier ich irgendwo ein Zombie drauf ist ich lache mich tot wenn der auf dem Dach ist ne okay so nicht schade eigentlich oder ein Skriper böseer Creeper ganz böseer Creeper wo sie zum wie die der könnte mir noch gefährlich werden okay wir haben Bambus gesammelt und wisst ihr was ich hieß den jetzt ab warum liegen hier Wolf Wolf ich weiß genau Bescheid aber dafür müssen wir die Creeper töten was mir eigentlich gar nicht so viel ausmacht denn wir bekommen ganz ich hab Respekt vor den Dingern weil ich hab vor allem weil die immer so dumm machen und dann alles kaputt machen und ja egal nach dem Hinzug ich jetzt nicht ich hab nicht keinen Bock nochmal irgendwie versprengt zu werden ich mein wir haben ja nicht genug hund oder so wer ist so ist ja nicht was das ergab gerade von Nachregal ich hab gerade alles wieder versaut aber bisschen was ist mir auch egal ich hab da was vergessen so und jetzt das da noch ein bisschen okay und das kann jetzt wachsen dann machen wir hier alles voll und danach lassen wir alles stehen nehmen uns manchmal ein bisschen was um Sachen zu bauen aber das können wir dann nicht tun wenn wir es brauchen und ja beim nächsten Mal dann möglich mit Prozent die da war ich mir gerade hier reinigte da noch was irgendwie was du musst damit machen nicht wie ich will so ist es für mich sogar hochgeladen ja so als zu Fehler so keine Ahnung und ja okay okay ich würde dann sagen wir sehen uns beim nächsten Mal mit neun Texture Pack beziehungsweise nicht mit neuem sondern endlich mal mit Texture Pack und ja bis dann Ciao